Jürgen Wolters war ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Freien Universität Berlin. Leben Wolters studierte von 1960 bis 1966 Mathematik an der Technischen Universität Stuttgart. Danach war er wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für empirische Wirtschaftsforschung an der Universität Mannheim. 1972 wurde er bei Heinz König an der Fakultät für Volkswirtschaftslehre und Statistik mit der Dissertation Spektral-Analytische Schätzung Linearer Dynamischer Systeme zum Dr. R. R. Pohl promoviert. Seine Arbeit wurde im gleichen Jahr mit dem Preis für wissenschaftliche Arbeiten der IHK in Mannheim ausgezeichnet. Er wurde wissenschaftlicher Assistent und habilitierte sich 1978 mit der Arbeit Stochastic Dynamic Properties of Linear Iconometric Models. Danach erhielt er die Venial Egendi für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie und vertrat von 1979 bis 1980 den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie II an der Universität Mannheim. Ab 1980 war er Professor auf Zeit für Volkswirtschaftslehre, insbesondere angewandte Ökonometrie an der Universität Mannheim. 1982 wurde Wolters Professor für Statistik an der Freien Universität Berlin. Nach seiner Emeritierung war er als Research Fellow am Schweizerischen Institut für Außenwirtschaft und angewandte Wirtschaftsforschung an der Universität St. Gallen tätig. Wolters wurde im Handelsblatt Ranking Volkswirtschaftslehre 2011 unter den Top Emeriti geführt. Zu seinen Schülern gehörten U. A. Thorsten Harms, Uwe Hersler, Oliver Hulte-Möller, Heike Jöpkes, Bernd Lucke, Dieter Nautz und Enzo Weber. Er war verheiratet und wurde Vater zweier Kinder, Mitgliedschaften und Kooperationen. Wolters war Mitglied im Verein für Socialpolitik in der Deutschen Statistischen Gesellschaft, in der Econometric Society, in der European Economic Association und im International Statistical Institute. Er war vielfältig als Gutachter tätig. Er war von 1988 bis 1998 Mitherausgeber der Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und von 1998 bis 2002 der Zeitschrift Konjunkturpolitik. Seit 2004 war er Mitherausgeber von International Economics and Economic Policy. Außerdem gehörte er den wissenschaftlichen Beiräten der IFO-Studien und der Statistical Papers an. Von 1998 bis 2006 war Wolters Mitglied im Kuratorium des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Von 2000 bis 2005 war er dort Forschungsdirektor für Makroökonometrie. Über das war er Mitglied im Stiftungsrat Geld und Währung der Deutschen Bundesbank und des Bundesministeriums der Finanzen in Frankfurt am Main. Bei der Deutschen Bundesbank war er von 2004 bis 2007 auch Mitglied im Forschungsbeirat. Wolters war Mitglied im International Advisory Board der Kitschief School of Economics. Schriften. Monografien mit Heinz König. Einführung in die Spektralanalyse ökonomischer Zeitreihen. Hein-Meisenheim 1972 ISBN 3-445-00849-3. Spektralanalytische Schätzung linearer dynamischer Systeme. Hein-Meisenheim 1973 ISBN 3-445-00997-X. Stochastic Dynamic Properties of Linear Iconometric Models. Springer Berlin 1980 ISBN 3-540-10240-X. Mit Peter Kubiel, Herbert S. Buscher. Die konjunkturelle Entwicklung in der Bundesrepublik. Ergebnisse von Schätzungen alternativer aggregierter Konjunkturmodelle. Campus Frankfurt am Main U.A. 1990 ISBN 3-593-343088. Mit Gebhard Kirch-Gessner Uwe Hersler. Introduction to Modern Timer Series Analysis. Zweite Auflage Springer Berlin 2013 ISBN 978-3642-334-351. Herausgeberschaften mit Wolfgang Franz Werner Garp. Theoretische und angewandte Wirtschaftsforschung. Heinz König zum 60. Geburtstag. Springer Berlin U.A. 1988 ISBN 3-54018575-5. Mit Ulrich Heilemann. Gesamtwirtschaftliche Modelle in der Bundesrepublik Deutschland. Erfahrungen und Perspektiven. Dunker und Humblott Berlin 1998 ISBN 3-428-09572-3. Mit Helmut Lütke Pohl. Money Demand in Europe. With 47 Tables. Physike Verlag Heidelberg 1999 ISBN 3-7908-1182. Mit Werner Garp-Ulrich Heilemann. Arbeiten mit ökonometrischen Modellen. Physike Verlag Heidelberg 2004 ISBN 3-7908-0154-2. Baiter 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 Bait